Der VfB Stuttgart kam zum Auftakt des zweiten Bundesligaspieltags der neuen Saison auswärts bei RB Leipzig ordentlich unter die Räder. Ich meine, ihr seht das Ergebnis selbst im Titel und habt es auch mitbekommen, 5 zu 1 letztendlich. War das Ganze so einseitig? Jein, kommt darauf an, wie man es betrachtet, aber darauf gehe ich jetzt in meinem Spielbericht ein. Zunächst einmal begann das Freitagabendspiel eigentlich super vielversprechend für den VfB. Man ging mit einer 1 zu 0 Führung in die Pause und das sogar verdient. Denn der Auftritt war wirklich mutig im eigenen Ballbesitz, sie haben sich echt nicht versteckt vor Leipzig, dem Favorit. Und mehr zum Taktischen gibt es dann später oder morgen noch in meiner Taktikanalyse, die noch kommt, weil es Hoeneß wirklich überragend gemacht hat als Coach vom Außenseiter hier vom VfB, was den Matchplan angeht. Situativ sind sie dann immer wieder hoch angelaufen und haben so dann auch den Fehlpass von Raum erzwungen, den Girasi nach dem Ballgewinn von Karasor echt stark ausgenutzt hat und so ging man halt eben in Führung. Danach hat Leipzig schon gegen Ende der ersten Halbzeit den Druck erhöht und bekam zunächst in Person von Orban gleich zweimal einen Strafstoß verwehrt, wo man sich bei beiden ehrlich gesagt nicht beschweren kann, wenn man die gibt. Den ersten hätte ich persönlich nicht gegeben, den zweiten dann schon eher und vor allem in der Summe ist es dann natürlich für Leipzig schon ärgerlich. Aber was will man machen? Die gab es auf jeden Fall nicht. Aber so waren sie dann weiter in Zugzwang und machten auch den Ausgleich mit Henrichs recht früh in der zweiten Halbzeit, der beim Pressing einfach durchläuft und dann von Nübel angeschossen wird, wonach der Ball dann halt eben von Henrichs ausgerechnet genau ins Tor fällt. Zu Nübel muss man sagen, er hatte bis hierhin eigentlich echt ein überragendes Spiel gemacht und Stuttgart im Spiel drin gehalten, aber das sollte halt noch nicht alles gewesen sein. Denn dann war der Knoten sowas von gelöst auf Seiten von RB, aber auch der Führungstreffer dann von Openda wurde wegen Abseits-Ab erkannt, bei welchem Nübel aber erneut schwer patzte und die flache Hereingabe von rechts einfach nicht festhalten konnte, obwohl die jetzt nicht sonderlich stark war und vor die Füße von Openda ins Zentrum fallen ließ. Danach machten die Leipziger trotzdem so weiter. Ich meine, da stand es ja immer noch 1 zu 1 und der VfB war dann eben völlig von der Rolle, nicht nur Nübel, sondern jetzt auch die komplette Mannschaft vor ihm und so rollte dann halt eben Angriff über Angriff über sie her. Zunächst trifft Olmo nach Vorarbeit von Simmons, der es auf dem engen Raum, den Stuttgart da verteidigt hat, echt gut gemacht hat und dann halt eiskalt ins Eck abschließt und es ging weiter. Flanke von Raum über links natürlich und Openda mit seiner krassen Sprungkraft macht dann eben das Kopfballtor. Dann ist das Spiel wieder so ein bisschen abgeflacht, aber dann hatte Leipzig nochmal Lust. Nach einer Ecke, Simmons kriegt wieder mal den Assist und dann ist es eben Kampel, der einfach mal abzieht und der Ball wird halt unglücklich abgefälscht. Passt so ein bisschen in das Bild der zweiten Halbzeit für den VfB, aber damit war noch nicht Schluss. Direkt danach kam Leipzig halt erneut. Der VfB wollte es halt nochmal versuchen, ein bisschen ranzukommen, aber Leipzig nutzt das dann halt eben eiskalt aus, wenn sich so viel Raum hinter der gegnerischen Kette anbietet. Dementsprechend wird Simmons in die Tiefe geschickt. Eins gegen eins gegen Nübel, der zunächst stark pariert, dann aber viel zu langsam wieder auf die Beine kommt und dementsprechend nicht im Kasten ist für den Nachschuss von Simmons, der dann eben als Man of the Match aus dem Spiel rausgeht mit zwei Vorlagen und einem Treffer. Letztendlich ist der Sieg über das ganze Spiel schon verdient, aber viel zu hoch, wenn man jetzt mal auf den Expected Goals Wert schaut. So waren es laut Sofa-Score ziemlich genau 2 zu 1 Expected Goals zugunsten der Leipziger. Also der Sieg geht auf jeden Fall klar. Der VfB hat es zunächst stark gemacht, ist dann aber eben auseinandergebrochen und so dann eben ein Heimsieg für die Leipziger. Leipzig zeigt auf jeden Fall, dass sie die Moral haben, auch mal Spiele drehen zu können, wohingegen man schon sagen muss, dass die erste Halbzeit nicht allzu stark war, während das beim VfB halt eben genau umgekehrt der Fall ist. Starke erste Halbzeit, gut taktisch eingestellt und dann halt eben auch durch vor allem individuelle Fehler eingebrochen. Aber ich glaube, das sollte dennoch Mut machen, dass man weiterhin nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja gut, es ist jetzt viel gesagt nach zwei Spieltagen, aber ich meine halt über den Verlauf der Saison gesehen dann, denn die Anlagen von Stuttgart sind definitiv gut und das war jetzt halt einfach ein überlegener Gegner. Und so hat man sich halt das Torverhältnis vom ersten Spieltag fast wieder versaut. Oder man sieht es positiv, man hat am ersten Spieltag eben schon alles rausgeholt, dass es jetzt gar nicht mal so schlecht ist, wie man nach einer 5 zu 1 Niederlage erwarten könnte. Das soweit mein Bericht zum Spiel. Schreibt mir gerne eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!